die beiden zugermaschinen an der arbeit einmal kochwäsche 95 normalprogramm und hier 40 grad baumwolle nix dunkle wäsche Adora SL und Adora SLQ das ist ein schöner wasserstrand so sollte es sein nicht wie wir mit den wie bei meiner scheiss bosch die praktisch kein wasser drin hat das ist jetzt das schonprogramm diese taste ist das schonprogramm das kann man bei jedem waschprogramm zuwählen die V-Zugmaschinen sind alle ähnlich aufgebaut also ähnlich sozusagen gleich die Bezeichnung SL SLQ das ist der Ausbaustandard sozusagen was sie für Funktionen hat die SL hat weniger Funktionen wie die SLQ das sind eigentlich tolle Geräte die leuchtet jetzt auf 230 Volt wie die auch auf 230 Volt es gibt auch Maschinen die mit 400 Volt laufen würden die gehen da natürlich viel schneller darum braucht die jetzt noch eine Stunde 53 für die Kochwäsche und mit 400 Volt würden sie so eine Stunde 15 brauchen mehr nicht hier hat es noch sehr viele schöne Maschinen naja Plastik Spielzeug so hier 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 Die wird jetzt gleich gestartet. Die wird jetzt gleich gestartet. Vielen Dank. Die hat auch einen super Wasserstand, schon im Oni Plus. Das ist mal ein Spülwasserstand und das im ersten Spül. Das ist mal ein Spülwasserstand, schon im Oni Plus. Das ist mal ein Spülwasserstand, schon im Oni Plus. Das ist mal ein Spülwasserstand, schon im Oni Plus.